Klan-Brüder zu mir! Krieg! Dorthin also! Ja, schon gut! Entdeckung! Jawohl! Feind in der Stadt! Hierzu erscheint es zum Glück die Verteidigung noch zu halten. Hm. Ja! Irgendwie habe ich das Gefühl, die beiden bewegen sich nicht. Äh, wisst ihr was? Nicht nack! Fuck! Ich speichere jetzt mal das und dann gehen wir zurück ins Start-Menü. Laden nochmal das normale Let's Play. Und dann versuchen wir erstmal die beiden Anführer loszuwerden. Nun, wenn nur ich dann steh. Es ist nicht weh. Ja, das kennen wir alles. Seitdem war die Wundhöhe. Ich was ist doch wenn die Sprengen wir mal alles, das kennen wir ja schon. Ich nehm sehr wohl das Sucht das ihrer Was ist eine Gas, aber war früh das Die Mann diese und kaum das Gas, aber nützlich. Gut. Mario schickt uns. Ja. Dann geht es als tut das. Gut. Dann machen wir es erst so. Also ja, die H7 Krieger hier sind nur 22. Nee. Ich habe aber immer noch keine Ahnung, welch wo der Hebel ist. Ich habe ihn in der Katzin gesehen. Also sorge ich vielleicht dafür, dass sie sich eher hier unten selber gegenseitig den Kopf einrennen und weniger zu uns zurück herankommen. Schützen, Dervisch, äh, Mirage. Oh, die Mirage hat aber ein hohes Level. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wir haben so jetzt, glaube ich, eine Dreiviertelstunde vergeudet. Aber macht ja nix, so lernt man. Ja, wir haben so, glaube ich, eine Dreiviertelstunde. Ja, ich sehe keinen Hebel. Ja, wir haben so, glaube ich, eine Dreiviertelstunde. Ja, den Quest-Text, den kennen wir ja. Dann müssen wir warten, bis Asio wieder da ist. Bevor die beiden aufbrechen. Hm? Hm? Kein Hebel hier weit und weit. Beiden bewegen sich auch noch nicht. 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 Die beiden bewegen sich nicht. Ah, jetzt bewegen sie sich. Schnell weg hier. Beiden bewegen sich auch noch nicht. Beiden bewegen sich auch noch nicht. Der Hebel war an einem Stein, aber... Ich sehe keinen Hebel, Herrgott. Jetzt ist der Hebel aufgetaucht, gut. Ja, dieser Hebel sieht sehr alt aus, so als ob er seit langer Zeit nicht mehr benutzt worden wäre. Den Hebel betätigen. Ein Knirschen wie von Stein auf Stein ist zu hören, als der Hebel sich langsam bewegt. Schließlich dringt ein lautes Zwischen an eure Ohren. Okay. Okay. Verlichte die nur in geschwächten Lage der Gazzeder. Ja, die beiden sind hinüber. Und die gehen sich jetzt gegenseitig an die Gurgel. So, das heißt, die Angriffe werden nicht mehr so heftig. Werden wie vorher. Also, ja, theoretisch könnte ich mein Backup laden und einfach ausharren, aber... Ne. Ich mache es lieber ein bisschen... entspannter. Also, einmal indem ich das Backup lösche. Das hier überschreibe. Na, das wollte ich so nicht. Backup löschen, ja. Das hier überschreiben, ja. Was jetzt? Ja, schon gut. Jetzt erst die Frage, können wir hoffen, dass die ins Lager da drüben rennen? Ja, können wir. Das hier überschreiben. Das hier überschreiben. ich bin müde dorthin also das heißt holzfällerhütte errichten jetzt haben wir wahrscheinlich auch hoffentlich glück dass sich die beiden lager jetzt eher bekriegen als dass sie zu uns rennen wobei dem lager relativ hohe ist was wollt ihr Ja, also nochmal das Ganze vorne aufbauen. Ich bin dabei.